Die Aufgabe könnte kaum größer sein. Dortmund auswärts im Santiago Bernabeu. Der Gegner Real Madrid, das Ziel der Gruppensieg. Gruppensieger zu sein bedeutet, dass wir morgen unentschieden spielen oder gewinnen. Und das ist der Wert, der darin steht, weil das gibt dir Selbstvertrauen, das gibt dir einfach die Bestätigung, dass du auf diesem Level, in dieser Atmosphäre, gegen diese Mannschaften bestehen kannst. Und das ist der Wert, der darin liegt. Es ist kein taktischer Wert, um einen Vorteil in der nächsten Runde zu haben. Kein Blick von Thomas Tuchel auf die anderen Gruppen Ersten und Zweiten. Ein Unentschieden reicht zum Gruppensieg. Doch auf 0 zu 0 will der BVB nicht spielen. Das ist mir nicht ganz klar, wie man das Ergebnis in den Mittelpunkt der Herangehensweise stellen kann. Dafür ist das Spiel viel zu viel dem Zufall überlassen. Dafür passieren viel zu viele unberechenbare Dinge. Stattdessen offenes Visier, Fußball total. Borussia Dortmund in Madrid, möglicherweise ohne den angeschlagenen Marco Reus und auf jeden Fall ohne den nicht mit angereisten Mario Götze. Aber dafür drückt einer von Reals großem Rivalen Atletico besonders die Daumen. Antoine Griezmann hat heute, glaube ich, habe ich ein Zitat bekommen, der gesagt hat, bei Borussia Dortmund schaue ich gerne zu, das geht nie 0-0 aus. Das hat er natürlich nicht ganz unrecht. Aber wir freuen uns, wenn wir den Zuschauern ein Spektakel auch bieten können. 19 Mal hat Borussia Dortmund bislang in den fünf Spielen getroffen. Mit jedem weiteren Tor steigt die Chance auf den Gruppensieg und den ersten Erfolg auswärts bei Real Madrid. den ganzen Tag in den letzten Jahren mit einer Rivalentierung ständigen Ausarbeit. Die große دurste Seite der genutze Zeit nach Konomintern So ist es beim Kontinieren der G��en, also bei einer Rivalentierung der Gäuhrlinge, Vielen Dank.